Ich bin Rita. Mein grüner Traum ist, dass hier bei uns in der Natur am Wald nicht ständig die ganzen Müllsäcke abgeladen werden. Und dann habe ich noch einen ganz großen Wunsch, dass diese ganzen Felder nicht mehr mit Gülle voller Antibiotika gedüngt werden. Und das heißt auch, dass die Tiere auch nicht so gehalten werden, wie es häufig der Fall ist, in großen Stellen mit viel Antibiotika versorgt und gefüttert werden, sondern dass sie artgerecht gehalten werden und gesund ernährt werden.